Oh, was ist denn los? Bist du krank? Nein, nein, mir geht's gut. Hast du Schnupfen? Bist du erkältet? Nein, Quatsch. Natürlich bist du krank, Sophie. Dein Kopf ist ja ganz heiß. Nein, bin ich nicht. Es geht mir gut. Nein, das glaube ich nicht. Du siehst gar nicht gut aus. Vielleicht hast du Grippe. Was? Nein, bestimmt nicht, Mama. Doch. Hast du vielleicht auch Fieber? Nein, hab ich nicht. Ich hole jetzt das Fieberthermometer. Wenn du Fieber hast, gehst du gleich ins Bett. Und ich hole dir etwas aus der Apotheke. Nein, bitte nicht. Also, Sophie, ich verstehe dich nicht. Was ist denn los mit dir? Nichts. Aber ich will doch zum Casting. Wie bitte? Casting? Ach so, jetzt verstehe ich. Für dieses Filmfestival. Das habe ich ganz vergessen. Wann soll das denn sein? Heute Nachmittag um vier Uhr. Ich muss da hin. Also, liebes Kind, ich glaube, das kannst du vergessen. Wenn du krank bist, kannst du nicht zum Casting gehen. Das ist doch klar. Ach, Mama. Ich gehe dahin. Auf jeden Fall. Schluss jetzt, Sophie. Das ist wirklich Unsinn. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Ach, Mensch. Ihre Antwort ist... Ihre Antwort ist... Richtig. Gratuliere, Herr Kaufmann. Sie haben 16.000 Euro gewonnen. Super. Ja. Super. Weiter. Puh, das war nicht leicht. Jetzt haben Sie keinen Joker mehr. Machen Sie trotzdem weiter? Natürlich mache ich weiter. Ja, klar. Gut. Dann sehen wir uns die 32.000-Euro-Frage an. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay, Herr Kaufmann. Dann geht's los. Und Sie wissen, Sie haben keinen Joker mehr. Sie haben auch die Publikumskarte schon gespielt. Ja, ja. Ich weiß. Aber ich mache weiter. Also, wie heißt die 32.000-Euro-Frage? Super, Papa. Das schaffst du. Hier ist die Frage. Sie wissen es nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie denn eine Ahnung? Also, na ja, eigentlich habe ich keine Ahnung. Sie haben leider keinen Joker mehr. Ja, ja. Ich weiß. Also, machen wir es kurz. Ich höre auf. Wie schade. Mensch, Papa. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, da kann man leider nichts machen. Trotzdem Glückwunsch. Sie haben 16.000 Euro gewonnen. Danke. Danke. Und wie heißt nun die Schlange? Raten Sie doch mal. Ähm, Oje, Oje? Nein. Sie heißt? Na ja, na ja. Hm. Das habe ich nicht gewusst. Was machen Sie jetzt mit dem Geld? Wissen Sie das denn schon? Hm, ich kaufe mir vielleicht ein neues Auto. Oder eine neue Küche. Ach, das muss ich erst noch mit meiner Familie besprechen. Die Kinder haben bestimmt auch Wünsche. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Herr Kaufmann hat heute 16.000 Euro gewonnen. Dann viel Glück und machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Und hier ist es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Zahlenspiel der Woche. Raten Sie mit. Unsere Fragen heute. Erstens. Wie lang ist der Rhein? Zweitens. Wie viele Brücken gibt es in Hamburg? Und das sind die richtigen Antworten. Erstens. Der Rhein ist 1.230 Kilometer lang. Zweitens. In Hamburg gibt es 2.123 Brücken. Drittens. In die Allianz Arena passen 71.137 Fans. Viertens. Viertens. Die Stadt Bern hat 138.600 Einwohner. Ich wiederhole. Erstens. Der Rhein ist 1.230 Kilometer lang. Zweitens. In Hamburg gibt es 2.123 Brücken. In die Allianz Arena passen 71.137 Fans. Viertens. Die Stadt Bern hat 138.600 Einwohner. Und? Haben Sie es gewusst? Dann herzlichen Glückwunsch. Eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Hey, habt ihr meine Nachricht gelesen? Was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ich hätte Lust auf Schwimmen. Sollen wir nicht ins Schwimmbad gehen? Oder zum Escher See? Oh ja, super Idee. Los, wir fahren zum Escher See. Da gibt es eine große Wiese, einen tollen Strand, einen Kiosk. Und da kann man auch super Volleyball spielen. Oder Frisbee. Ach nein, bitte kein Frisbee. Könntest du vielleicht deinen Volleyball mitbringen, Luisa? Kein Problem. Brauchen wir sonst noch was? Ganz wichtig, nehmen wir was zu essen mit oder kaufen wir das am Kiosk? Das war ja klar. Fabio denkt wieder nur ans Essen. Ich schlage vor, wir machen so ein richtig tolles Picknick. Was meint ihr? Wir könnten Würstchen grillen. Ach nö. Nicht schon wieder so viel Fleisch und Würstchen. Ich finde, jeder bringt was mit. Ja, das ist gut. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Genau. Genau. Hey, habt ihr meine Nachricht gelesen? Was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ich hätte Lust auf Schwimmen. Sollen wir nicht ins Schwimmbad gehen? Oder zum Escher See? Oh ja, super Idee. Los, wir fahren zum Escher See. Da gibt's eine große Wiese, einen tollen Strand, einen Kiosk und da kann man auch super Volleyball spielen. Oder Frisbee. Ach nein, bitte kein Frisbee. Könntest du vielleicht deinen Volleyball mitbringen, Luisa? Kein Problem. Brauchen wir sonst noch was? Ganz wichtig, nehmen wir was zu essen mit oder kaufen wir das am Kiosk? Das war ja klar. Fabio denkt wieder nur ans Essen. Ich schlage vor, wir machen so ein richtig tolles Picknick. Was meint ihr? Wir könnten Würstchen grillen. Ach nö. Nicht schon wieder so viel Fleisch und Würstchen. Ich finde, jeder bringt was mit. Ja. Das ist gut. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Genau. Ich mache meinen berühmten Nudelsalat. Und ich könnte einen Kuchen backen. Kuchen, Kuchen. Und was bringst du mit, Tim? Meine Schwimmsachen. Na, das ist doch schon mal super. Und was noch? Ein Handtuch, eine Decke. Du könntest doch Cola mitbringen, Tim. Ja, okay. Cola ist immer gut. Brauchen wir eigentlich auch Gabeln, Messer und sowas? Das kann ich mitbringen. Das passt locker in meinen Rucksack. Na gut. Wir können ja nochmal telefonieren, wenn uns noch etwas einfällt. Dann treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr hier auf dem Platz. Einverstanden? Super, das wird toll. Ich freue mich schon. Hey Leute, Moment noch. Bist ihr noch letzte Woche im Park? Da wollten wir so gern Musik hören und... Oh yeah. Hey, Luisa von der Medienergie. Du hast doch Lautsprecher für den MP3-Player, oder? Könntest du die vielleicht mitbringen? Das wäre echt super. Na klar. Kein Problem. Mache ich. Ja, also dann? Ich muss dann mal weg und noch was machen für die... Medien AG. Ja, genau. Also, dann bis Samstag. Das wird cool. Tschüss. Hey, wollen wir jetzt mal Volleyball spielen? Oh ja, der Platz ist frei. Los, hier ist der Ball. Und was ist mit euch, Jonas und Anna? Spielt ihr nicht mit? Hm, mal sehen. Vielleicht später. Fangt doch schon mal an. Später. Wenn wir jetzt nicht spielen, sind sicher andere auf dem Platz. Schon mal die beiden da. Vielleicht wollen die ja mitspielen. Gute Idee. Komm, Fabio. Wir fragen sie einfach mal. Okay? Hi. Möchtet ihr vielleicht mit uns Volleyball spielen? Habt ihr Lust? Wie bitte? Entschuldigung? Wir nicht. Wir sprechen nicht so gut Deutsch. Do you speak English? Äh, ja. Okay. Woher kommt ihr? Where do you come from? From Katowice. Poland. Polen? Cool. Möchtet ihr vielleicht mit uns Volleyball? Do you like Volleyball? Oh, ja. Aber wir... Nicht gut. Not gut. Das macht nichts. Macht nichts? Entschuldigung. Ich verstehe dich nicht. Oje, Fabio. Wie sagt man, das macht nichts? Auf Englisch? Hm, das weiß ich leider auch nicht. Hey, Tim. Luisa. Wie heißt, das macht nichts? Auf Englisch? Ich glaube, das heißt, never mind. Echt? Na dann. Never mind. Ist doch nur ein Spiel. Ach. Das ist gut. Dein Name ist? Sophie. Und das ist Fabio. Okay. Ich heiße Radek. Und das ist Jan. Äh, Sophie. Ist dein Ball? Was? Oje. Luisa. Achtung. Pass auf. Der Ball. Der Hund da hat deinen Ball. Amutat Kelenamus. Wie bitte? Entschuldigung. Du sprichst so schnell. Kannst du bitte langsam und deutlich sprechen? Amutat Kelenamus. Tut mir leid. Ich verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut phantasisch. Oje. Linus. Was sagt er? Wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, das heißt, ich habe Hunger. Moment. Hier ist ein Phantasisch-Wörterbuch. Ich schaue mal nach. Hallo. Hier ist Tim. Hallo, mein Junge. Hast du es schon gelesen? Ja, klar. Jetzt schreiben sie doch jeden Tag etwas über die Sonnenfinsternis. Steht denn in der Zeitung, wie das Wetter wird? Bei euch in Köln gibt es Wolken. Hier bei uns in Bonn kann man die Sonnenfinsternis vielleicht besser sehen. Ja, das habe ich auch gelesen. Wenn Wolken am Himmel sind, siehst du ja leider gar nichts. Keine Sonne, keine Sonnenfinsternis. Das ist klar. Kann ich vielleicht am Sonntag zu dir kommen? Aber sicher. Ich habe mir schon gedacht, dass du kommen willst. Eine Sonnenfinsternis sieht man ja nicht jeden Tag. Aber du hast schon eine gesehen, oder? Ich habe schon zwei gesehen. Wann war das? Das erste Mal 1999 hier in Deutschland. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Das zweite Mal 2006. Ich bin mit zwei Freunden nach Ankara gereist. Denn dort konnte man sie am besten sehen. In die Türkei? Ja, genau. Das war eine tolle Reise. Drei Astronomen auf Reisen. Das ist ziemlich lustig. Und habt ihr die Sonnenfinsternis gut gesehen? Sehr gut sogar. Es war ja eine totale Sonnenfinsternis. Das war wirklich großartig, mein Junge. Und auch ein bisschen unheimlich, weißt du. Wie in einem Horrorfilm. Plötzlich wird alles ganz still. Die Vögel singen nicht mehr. Und dann wird es dunkel und kalt. Steht in der Zeitung, wann genau man die Sonnenfinsternis sieht? Um 12.13 Uhr mittags. Was? Musst du da nicht in der Schule sein? Schule? Aber das ist doch am Sonntag. Ach so, ja. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Hast du eine Idee, wo man sie am besten sehen kann? Ja. Etwas weiter weg von der Stadt gibt es einen kleinen Berg. Von dort sieht man bestimmt gut. Komm doch mit dem Zug nach Bonn. Ich hole dich ab und wir fahren zusammen hin und suchen uns einen schönen Platz. Okay. Das mache ich. Weißt du, welchen Zug ich am besten nehme? Ach, du bist ja in 20 Minuten hier. Wenn du um neun oder um halb zehn fährst, dann haben wir genug Zeit. Und dann machen wir uns einen schönen Sonntag zusammen, du und ich, oder? Genau das machen wir. Tschüss dann. Ich sag dir Bescheid, wann mein Zug ankommt. Jo, tschüss, Junge. Ich freue mich, wenn du kommst. Hallo, hier ist Tim. Hallo, mein Junge. Hast du es schon gelesen? Ja, klar. Jetzt schreiben sie doch jeden Tag etwas über die Sonnenfinsternis. Steht denn in der Zeitung, wie das Wetter wird? Bei euch in Köln gibt es Wolken. Hier bei uns in Bonn kann man die Sonnenfinsternis vielleicht besser sehen. Ja, das habe ich auch gelesen. Wenn Wolken am Himmel sind, siehst du ja leider gar nichts. Keine Sonne, keine Sonnenfinsternis. Das ist klar. Kann ich vielleicht am Sonntag zu dir kommen? Aber sicher. Ich habe mir schon gedacht, dass du kommen willst. Eine Sonnenfinsternis sieht man ja nicht jeden Tag. Aber du hast schon eine gesehen, oder? Ich habe schon zwei gesehen. Wann war das? Das erste Mal 1999 hier in Deutschland. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Das zweite Mal 2006. Ich bin mit zwei Freunden nach Ankara gereist. Denn dort konnte man sie am besten sehen. In die Türkei? Ja, genau. Das war eine tolle Reise. Drei Astronomen auf Reisen. Das ist ziemlich lustig. Und habt ihr die Sonnenfinsternis gut gesehen? Sehr gut sogar. Es war ja eine totale Sonnenfinsternis. Das war wirklich großartig, mein Junge. Und auch ein bisschen unheimlich, weißt du? Wie in einem Horrorfilm. Plötzlich wird alles ganz still. Die Vögel singen nicht mehr. Und dann wird es dunkel und kalt. Steht in der Zeitung, wann genau man die Sonnenfinsternis sieht? Um zwölf Uhr dreizehn mittags. Musst du da nicht in der Schule sein? Schule? Aber das ist doch am Sonntag. Ach so, ja. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Hast du eine Idee, wo man sie am besten sehen kann? Ja. Etwas weiter weg von der Stadt gibt es einen kleinen Berg. Von dort sieht man bestimmt gut. Komm doch mit dem Zug nach Bonn. Ich hole dich ab. Und wir fahren zusammen hin und suchen uns einen schönen Platz. Okay. Das mache ich. Weißt du, welchen Zug ich am besten nehme? Ach, du bist ja in zwanzig Minuten hier. Wenn du um neun oder um halb zehn fährst, dann haben wir genug Zeit. Und dann machen wir uns einen schönen Sonntag zusammen, du und ich, oder? Genau das machen wir. Tschüss dann. Ich sag dir Bescheid, wann mein Zug ankommt. Jo, tschüss, Junge. Ich freue mich, wenn du kommst. Oh, was ist denn los? Bist du krank? Nein, nein, mir geht's gut. Hast du Schnupfen? Bist du erkältet? Nein, Quatsch. Natürlich bist du krank, Sophie. Dein Kopf ist ja ganz heiß. Nein, bin ich nicht. Es geht mir gut. Das glaube ich nicht. Du siehst gar nicht gut aus. Vielleicht hast du Grippe. Was? Nein, bestimmt nicht, Mama. Doch. Hast du vielleicht auch Fieber? Nein, hab ich nicht. Ich hole jetzt das Fieberthermometer. Wenn du Fieber hast, gehst du gleich ins Bett. Und ich hole dir etwas aus der Apotheke. Nein, bitte nicht. Also, Sophie, ich verstehe dich nicht. Was ist denn los mit dir? Nichts. Aber ich will doch zum Casting. Wie bitte? Casting? Ach so, jetzt verstehe ich. Für dieses Filmfestival. Das habe ich ganz vergessen. Wann soll das denn sein? Heute Nachmittag um 4 Uhr. Ich muss da hin. Also, liebes Kind, ich glaube, das kannst du vergessen. Wenn du krank bist, kannst du nicht zum Casting gehen. Das ist doch klar. Ach, Mama. Ich gehe dahin. Auf jeden Fall. Schluss jetzt, Sophie. Das ist wirklich Unsinn. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Ach, Mensch. Ihre Antwort ist... Richtig. Gratuliere, Herr Kaufmann. Sie haben 16.000 Euro gewonnen. Super. Ja. Super. Weiter. Weiter. Puh, das war nicht leicht. Jetzt haben Sie keinen Joker mehr. Machen Sie trotzdem weiter? Natürlich mache ich weiter. Ja, klar. Gut. Dann sehen wir uns die 32.000 Euro Frage an. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay, Herr Kaufmann. Dann geht's los. Und Sie wissen, Sie haben keinen Joker mehr. Sie haben auch die Publikumskarte schon gespielt. Ja, ja. Ich weiß. Aber ich mache weiter. Also, wie heißt die 32.000 Euro Frage? Super, Papa. Das schaffst du. Hier ist die Frage. Wie heißt der lateinische Name der südasiatischen Cobra oder Brillenschlange? Heißt die Schlange? A. Oje, oje. B. Naja, naja. C. Aha, aha. Oder D. So, 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 so. Ich wiederhole noch einmal. Wie heißt der lateinische Name der südasiatischen Cobra oder Brillenschlange? A. Oje, oje. B. Naja, naja. C. Aha, aha. Oder D. So, 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 so. Oje. Sie wissen es nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie denn eine Ahnung? Also, naja, eigentlich habe ich keine Ahnung. Oh. Sie haben leider keinen Joker mehr. Ja, ja, ich weiß. Also, machen wir es kurz. Ich höre auf. Wie schade. Schade. Mensch, Papa. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, da kann man leider nichts machen. Trotzdem, Glückwunsch. Sie haben 16.000 Euro gewonnen. Danke. Danke. Und wie heißt nun die Schlange? Raten Sie doch mal. Ähm, oje, oje? Nein, sie heißt? Naja, naja. Hm, das habe ich nicht gewusst. Was machen Sie jetzt mit dem Geld? Wissen Sie das denn schon? Hm, ich kaufe mir vielleicht ein neues Auto. Oder eine neue Küche. Ach, das muss ich erst noch mit meiner Familie besprechen. Die Kinder haben bestimmt auch Wünsche. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Herr Kaufmann hat heute 16.000 Euro gewonnen. Dann viel Glück und machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Und hier ist es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Zahlenspiel der Woche. Raten Sie mit. Unsere Fragen heute. Erstens, wie lang ist der Rhein? Zweitens, wie viele Brücken gibt es in Hamburg? Zweitens, wie viele Fans passen in die Allianz-Arena? Viertens, wie viele Einwohner hat die Stadt Bern? Na, wissen Sie es? Und das sind die richtigen Antworten. Erstens, der Rhein ist 1.230 Kilometer lang. Zweitens, in Hamburg gibt es 2.123 Brücken. Drittens, in die Allianz-Arena passen 71.137 Fans. Viertens, die Stadt Bern hat 138.600 Einwohner. Ich wiederhole. Erstens, der Rhein ist 1.230 Kilometer lang. Zweitens, in Hamburg gibt es 2.123 Brücken. Drittens, in die Allianz-Arena passen 71.137 Fans. Viertens, die Stadt Bern hat 138.600 Einwohner. Und, haben Sie es gewusst? Dann herzlichen Glückwunsch! Eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Hey, habt ihr meine Nachricht gelesen? Was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ich hätte Lust auf Schwimmen. Sollen wir nicht ins Schwimmbad gehen? Oder zum Escher See? Oh ja, super Idee. Los, wir fahren zum Escher See. Da gibt's eine große Wiese, einen tollen Strand, einen Kiosk. Und da kann man auch super Volleyball spielen. Oder Frisbee. Ach nein, bitte kein Frisbee. Könntest du vielleicht deinen Volleyball mitbringen, Luisa? Kein Problem. Brauchen wir sonst noch was? Ganz wichtig, nehmen wir was zu essen mit oder kaufen wir das am Kiosk? Das war ja klar. Fabio denkt wieder nur ans Essen. Ich schlage vor, wir machen so ein richtig tolles Picknick. Was meint ihr? Wir könnten Würstchen grillen. Ach nö. Nicht schon wieder so viel Fleisch und Würstchen. Ich finde, jeder bringt was mit. Ja, das ist gut. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Genau. Hey, habt ihr meine Nachricht gelesen? Was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ich hätte Lust auf Schwimmen. Sollen wir nicht ins Schwimmbad gehen? Oder zum Escher See? Oh ja, super Idee. Los, wir fahren zum Escher See. Da gibt's eine große Wiese, einen tollen Strand, einen Kiosk. Und da kann man auch super Volleyball spielen. Oder Frisbee. Ach nein, bitte kein Frisbee. Könntest du vielleicht deinen Volleyball mitbringen, Luisa? Kein Problem. Brauchen wir sonst noch was? Ganz wichtig. Nehmen wir was zu essen mit oder kaufen wir das am Kiosk? Das war ja klar. Fabio denkt wieder nur ans Essen. Ich schlage vor, wir machen so ein richtig tolles Picknick. Was meint ihr? Wir könnten Würstchen grillen. Ach nö. Nicht schon wieder so viel Fleisch und Würstchen. Ich finde, jeder bringt was mit. Ja. Das ist gut. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Genau. Ich mache meinen berühmten Nudelsalat. Und ich könnte einen Kuchen backen. Kuchen, Kuchen. Und was bringst du mit, Tim? Meine Schwimmsachen. Na, das ist doch schon mal super. Und was noch? Ein Handtuch, eine Decke. Du könntest doch Cola mitbringen, Tim. Ja, okay. Cola ist immer gut. Brauchen wir eigentlich auch Gabeln, Messer und sowas? Das kann ich mitbringen. Das passt locker in meinen Rucksack. Na gut. Wir können ja nochmal telefonieren, wenn uns noch etwas einfällt. Dann treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr hier auf dem Platz. Einverstanden? Super, das wird toll. Ich freue mich schon. Hey Leute, Moment noch. Bist ihr noch letzte Woche im Park? Da wollten wir so gern Musik hören und... Oh yeah. Hey, Luisa von der Medienergie. Du hast doch Lautsprecher für den MP3-Player, oder? Könntest du die vielleicht mitbringen? Das wäre echt super. Na klar. Kein Problem. Mache ich. Ja, also dann? Ich muss dann mal weg und noch was machen für die... Medien AG. Ja, genau. Also, dann bis Samstag. Das wird cool. Tschüss. Hey, wollen wir jetzt mal Volleyball spielen? Oh ja, der Platz ist frei. Los, hier ist der Ball. Und was ist mit euch, Jonas und Anna? Spielt ihr nicht mit? Hm, mal sehen. Vielleicht später. Fangt doch schon mal an. Später. Wenn wir jetzt nicht spielen, sind sicher andere auf dem Platz. Schon mal die beiden da. Vielleicht wollen die ja mitspielen. Gute Idee. Komm, Fabio. Wir fragen sie einfach mal. Okay? Hi. Möchtet ihr vielleicht mit uns Volleyball spielen? Habt ihr Lust? Wie bitte? Entschuldigung. Wir? Nicht. Äh. Wir sprechen nicht so gut Deutsch. Do you speak English? Äh, ja. Okay. Woher kommt ihr? Where do you come from? From Katowice, Poland. Polen? Cool. Möchtet ihr vielleicht mit uns Volleyball? Do you like Volleyball? Oh, ja. Aber wir... Nicht gut. Not gut. Das macht nichts. Macht nichts? Entschuldigung. Ich verstehe dich nicht. Oje, Fabio. Wie sagt man, das macht nichts? Auf Englisch? Hm. Das weiß ich leider auch nicht. Hey Tim. Luisa. Wie heißt, das macht nichts? Auf Englisch? Ich glaube, das heißt Nevermind. Echt? Na dann. Nevermind. Ist doch nur ein Spiel. Ah. Das ist gut. Dein Name ist? Sophie. Und das ist Fabio. Okay. Ich heiße Radek. Und das ist Jan. Äh, Sophie. Ist dein Ball? Was? Oje. Luisa. Achtung. Pass auf. Der Ball. Der Hund da hat deinen Ball. Amutatkelenamus? Wie bitte? Entschuldigung. Du sprichst so schnell. Kannst du bitte langsam und deutlich sprechen? Amutatkelenamus? Tut mir leid. Ich verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut phantasisch. Oje. Linus. Was sagt er? Wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, das heißt, ich habe Hunger. Moment. Hier ist ein Phantasisch-Wörterbuch. Ich schau mal nach. Hallo, hier ist Tim. Hallo, mein Junge. Hast du es schon gelesen? Ja, klar. Jetzt schreiben Sie doch jeden Tag etwas über die Sonnenfinsternis. Steht denn in der Zeitung, wie das Wetter wird? Bei euch in Köln gibt es Wolken. Hier bei uns in Bonn kann man die Sonnenfinsternis vielleicht besser sehen. Ja, das habe ich auch gelesen. Wenn Wolken am Himmel sind, siehst du ja leider gar nichts. Keine Sonne, keine Sonnenfinsternis. Das ist klar. Kann ich vielleicht am Sonntag zu dir kommen? Aber sicher. Ich habe mir schon gedacht, dass du kommen willst. Eine Sonnenfinsternis sieht man ja nicht jeden Tag. Aber du hast schon eine gesehen, oder? Ich habe schon zwei gesehen. Wann war das? Das erste Mal 1999 hier in Deutschland. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Das zweite Mal 2006. Ich bin mit zwei Freunden nach Ankara gereist. Denn dort konnte man sie am besten sehen. In die Türkei? Ja, genau. Das war eine tolle Reise. Drei Astronomen auf Reisen. Das ist ziemlich lustig. Und habt ihr die Sonnenfinsternis gut gesehen? Sehr gut sogar. Es war ja eine totale Sonnenfinsternis. Das war wirklich großartig, mein Junge. Und auch ein bisschen unheimlich, weißt du. Wie in einem Horrorfilm. Plötzlich wird alles ganz still. Die Vögel singen nicht mehr. Und dann wird es dunkel und kalt. Steht in der Zeitung, wann genau man die Sonnenfinsternis sieht? Um 12.13 Uhr mittags. Muss du da nicht in der Schule sein? Schule? Aber das ist doch am Sonntag. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Hast du eine Idee, wo man sie am besten sehen kann? Ja, etwas weiter weg von der Stadt gibt es einen kleinen Berg. Von dort sieht man bestimmt gut. Komm doch mit dem Zug nach Bonn. Ich hole dich ab und wir fahren zusammen hin und suchen uns einen schönen Platz. Okay, das mache ich. Weißt du, welchen Zug ich am besten nehme? Ach, du bist ja in 20 Minuten hier. Wenn du um neun oder um halb zehn fährst, dann haben wir genug Zeit. Und dann machen wir uns einen schönen Sonntag zusammen, du und ich, oder? Genau das machen wir. Tschüss dann. Ich sag dir Bescheid, wann mein Zug ankommt. Jo, tschüss Junge. Ich freue mich, wenn du kommst. Hallo, hier ist Tim. Hallo, mein Junge. Hast du es schon gelesen? Ja, klar. Jetzt schreiben sie doch jeden Tag etwas über die Sonnenfinsternis. Steht denn in der Zeitung, wie das Wetter wird? Bei euch in Köln gibt es Wolken. Hier bei uns in Bonn kann man die Sonnenfinsternis vielleicht besser sehen. Ja, das habe ich auch gelesen. Wenn Wolken am Himmel sind, siehst du ja leider gar nichts. Keine Sonne, keine Sonnenfinsternis. Das ist klar. Kann ich vielleicht am Sonntag zu dir kommen? Aber sicher. Ich habe mir schon gedacht, dass du kommen willst. Eine Sonnenfinsternis sieht man ja nicht jeden Tag. Aber du hast schon eine gesehen, oder? Ich habe schon zwei gesehen. Wann war das? Das erste Mal 1999 hier in Deutschland. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Das zweite Mal 2006. Ich bin mit zwei Freunden nach Ankara gereist. Denn dort konnte man sie am besten sehen. In die Türkei? Ja, genau. Das war eine tolle Reise. Drei Astronomen auf Reisen. Das ist ziemlich lustig. Und habt ihr die Sonnenfinsternis gut gesehen? Sehr gut sogar. Es war ja eine totale Sonnenfinsternis. Das war wirklich großartig, mein Junge. Und auch ein bisschen unheimlich, weißt du? Wie in einem Horrorfilm. Plötzlich wird alles ganz still. Die Vögel singen nicht mehr. Und dann wird es dunkel und kalt. Steht in der Zeitung, wann genau man die Sonnenfinsternis sieht? Um 12.13 Uhr mittags. Musst du da nicht in der Schule sein? Schule? Aber das ist doch am Sonntag. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Hast du eine Idee, wo man sie am besten sehen kann? Ja, etwas weiter weg von der Stadt gibt es einen kleinen Berg. Von dort sieht man bestimmt gut. Komm doch mit dem Zug nach Bonn. Ich hole dich ab und wir fahren zusammen hin und suchen uns einen schönen Platz. Okay, das mache ich. Weißt du, welchen Zug ich am besten nehme? Ach, du bist ja in 20 Minuten hier. Wenn du um neun oder um halb zehn fährst, dann haben wir genug Zeit. Und dann machen wir uns einen schönen Sonntag zusammen, du und ich, oder? Genau das machen wir. Tschüss dann. Ich sage dir Bescheid, wann mein Zug ankommt. Jo, tschüss, Junge. Ich freue mich, wenn du kommst. Oh, was ist denn los? Bist du krank? Nein, nein, mir geht's gut. Hast du Schnupfen? Bist du erkältet? Nein, Quatsch. Natürlich bist du krank, Sophie. Dein Kopf ist ja ganz heiß. Nein, bin ich nicht. Es geht mir gut. Nein, das glaube ich nicht. Du siehst gar nicht gut aus. Vielleicht hast du Grippe. Was? Nein, bestimmt nicht, Mama. Doch. Hast du vielleicht auch Fieber? Nein, hab ich nicht. Ich hole jetzt das Fieberthermometer. Wenn du Fieber hast, gehst du gleich ins Bett. Und ich hole dir etwas aus der Apotheke. Nein, bitte nicht. Also, Sophie, ich verstehe dich nicht. Was ist denn los mit dir? Nicht. Nichts. Aber ich will doch zum Casting. Wie bitte? Casting? Ach so, jetzt verstehe ich. Für dieses Filmfestival. Das habe ich ganz vergessen. Wann soll das denn sein? Heute Nachmittag um vier Uhr. Ich muss da hin. Also, liebes Kind, ich glaube, das kannst du vergessen. Wenn du krank bist, kannst du nicht zum Casting gehen. Das ist doch klar. Ach, Mama, ich gehe da hin. Auf jeden Fall. Schluss jetzt, Sophie. Das ist wirklich Unsinn. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Ach, Mensch. Ihre Antwort ist... Das ist... Richtig. Das war nicht leicht. Jetzt haben Sie keinen Joker mehr. Machen Sie trotzdem weiter? Natürlich mache ich weiter. Ja, klar. Gut. Dann sehen wir uns die 32.000-Euro-Frage an. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay, Herr Kaufmann, dann geht's los. Und Sie wissen, Sie haben keinen Joker mehr. Sie haben auch die Publikumskarte schon gespielt. Ja, ja, ich weiß, aber ich mache weiter. Also, wie heißt die 32.000-Euro-Frage? Super, Papa, das schaffst du. Hier ist die Frage. Wie heißt der lateinische Name der südasiatischen Cobra oder Brillenschlange? Heißt die Schlange? A. Oje, oje. B. Naja, naja. C. Aha, aha. Oder D. So, 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 so. Ich wiederhole noch einmal. Wie heißt der lateinische Name der südasiatischen Cobra oder Brillenschlange? A. Oje, oje. B. Naja, naja. C. Aha, aha. Oder D. So, 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 so. Oje. Sie wissen es nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie denn eine Ahnung? Also, naja, ähm, eigentlich habe ich keine Ahnung. Oh. Sie haben leider keinen Joker mehr. Ja, ja, ich weiß. Also machen wir es kurz. Ich höre auf. Wie schade. Mensch, Papa. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, da kann man leider nichts machen. Trotzdem Glückwunsch. Sie haben 16.000 Euro gewonnen. Danke. Danke. Und wie heißt nun die Schlange? Raten Sie doch mal. Ähm, Oje, Oje? Nein. Sie heißt? Na ja, na ja. Hm, das habe ich nicht gewusst. Was machen Sie jetzt mit dem Geld? Wissen Sie das denn schon? Hm, ich kaufe mir vielleicht ein neues Auto. Oder eine neue Küche. Ach, das muss ich erst noch mit meiner Familie besprechen. Die Kinder haben bestimmt auch Wünsche. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Herr Kaufmann hat heute 16.000 Euro gewonnen. Dann viel Glück und machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Und hier ist es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Zahlenspiel der Woche. Raten Sie mit. Unsere Fragen heute Erstens. Wie lang ist der Rhein? Zweitens. Wie viele Brücken gibt es in Hamburg? Drittens. Wie viele Fans passen in die Allianz Arena? Viertens. Wie viele Einwohner hat die Stadt Bern? Na, wissen Sie es? Und das sind die richtigen Antworten. Erstens. Der Rhein ist 1230 Kilometer lang. Zweitens. In Hamburg gibt es 2.123 Brücken. Drittens. In die Allianz Arena passen 71.137 Fans. Viertens. Die Stadt Bern hat 138.600 Einwohner. Ich wiederhole. Erstens. Der Rhein ist 1230 Kilometer lang. Zweitens. In Hamburg gibt es 2.123 Brücken. Drittens. In die Allianz Arena passen 71.137 Fans. Viertens. Viertens. Die Stadt Bern hat 138.600 Einwohner. Und? Haben Sie es gewusst? Dann herzlichen Glückwunsch! Eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal! Hey, habt ihr meine Nachricht gelesen? Was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ich hätte Lust auf Schwimmen. Sollen wir nicht ins Schwimmbad gehen? Oder zum Escher See? Oh ja, super Idee. Los, wir fahren zum Escher See. Da gibt's eine große Wiese, einen tollen Strand, einen Kiosk. Und da kann man auch super Volleyball spielen. Oder Frisbee. Ach nein, bitte kein Frisbee. Könntest du vielleicht deinen Volleyball mitbringen, Luisa? Kein Problem. Brauchen wir sonst noch was? Ganz wichtig, nehmen wir was zu essen mit oder kaufen wir das am Kiosk? Das war ja klar. Fabio denkt wieder nur ans Essen. Ich schlage vor, wir machen so ein richtig tolles Picknick. Was meint ihr? Wir könnten Würstchen grillen. Ach nö. Nicht schon wieder so viel Fleisch und Würstchen. Ich finde, jeder bringt was mit. Ja, das ist gut. Gute Idee. Gute Idee. Genau. Genau. Hey, habt ihr meine Nachricht gelesen? Was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ich hätte Lust auf Schwimmen. Sollen wir nicht ins Schwimmbad gehen? Oder zum Escher See? Oh ja, super Idee. Los, wir fahren zum Escher See. Da gibt's eine große Wiese, einen tollen Strand, einen Kiosk. Und da kann man auch super Volleyball spielen. Oder Frisbee. Ach nein, bitte kein Frisbee. Könntest du vielleicht deinen Volleyball mitbringen, Luisa? Kein Problem. Brauchen wir sonst noch was? Ganz wichtig, nehmen wir was zu essen mit oder kaufen wir das am Kiosk? Das war ja klar. Fabio denkt wieder nur ans Essen. Ich schlage vor, wir machen so ein richtig tolles Picknick. Was meint ihr? Wir könnten Würstchen grillen. Ach nö. Nicht schon wieder so viel Fleisch und Würstchen. Ich finde, jeder bringt was mit. Ja. Das ist gut. Gute Idee. Gute Idee. Genau. Genau. Ich mache meinen berühmten Nudelsalat. Und ich könnte einen Kuchen backen. Kuchen, Kuchen. Und was bringst du mit, Tim? Meine Schwimmsachen. Na, das ist doch schon mal super. Und was noch? Ein Handtuch, eine Decke. Du könntest doch Cola mitbringen, Tim. Ja, okay. Cola ist immer gut. Brauchen wir eigentlich auch Gabeln, Messer und sowas? Das kann ich mitbringen. Das passt locker in meinen Rucksack. Na gut. Wir können ja nochmal telefonieren, wenn uns noch etwas einfällt. Dann treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr hier auf dem Platz. Einverstanden? Super, das wird toll. Ich freue mich schon. Hey Leute, Moment noch. Bist ihr noch letzte Woche im Park? Da wollten wir so gern Musik hören und... Oh yeah. Hey, Luisa von der Medienergie. Du hast doch Lautsprecher für den MP3-Player, oder? Könntest du die vielleicht mitbringen? Das wäre echt super. Na klar. Kein Problem. Mache ich. Ja, also dann? Ich muss dann mal weg und noch was machen für die... Medien AG. Ja, genau. Also, dann bis Samstag. Das wird cool. Tschüss. Hey, wollen wir jetzt mal Volleyball spielen? Oh ja, der Platz ist frei. Los, hier ist der Ball. Und was ist mit euch, Jonas und Anna? Spielt ihr nicht mit? Hm, mal sehen. Vielleicht später. Fangt doch schon mal an. Später. Wenn wir jetzt nicht spielen, sind sicher andere auf dem Platz. Schon mal die beiden da. Vielleicht wollen die ja mitspielen. Gute Idee. Komm, Fabio. Wir fragen sie einfach mal. Okay? Hi. Möchtet ihr vielleicht mit uns Volleyball spielen? Habt ihr Lust? Wie bitte? Entschuldigung. Wir? Nicht. Nicht. Äh, wir, äh, sprechen nicht so gut Deutsch. Do you speak English? Äh, ja. Okay. Woher kommt ihr? Where do you come from? From Katowice. Poland. Polen? Cool. Möchtet ihr vielleicht mit uns Volleyball? Do you like Volleyball? Oh, ja. Ja, aber wir, nicht gut. Not gut. Das macht nichts. Macht nichts? Entschuldigung, ich verstehe dich nicht. Oje, Fabio. Wie sagt man, das macht nichts auf Englisch? Hm, das weiß ich leider auch nicht. Hey Tim, Luisa. Wie heißt, das macht nichts auf Englisch? Ich glaube, das heißt Nevermind. Echt? Na dann, Nevermind. Ist doch nur ein Spiel. Ah, das ist gut. Dein Name ist? Sophie. Und das ist Fabio. Okay. Ich heiße Radek. Und das ist Jan. Äh, Sophie, ist dein Ball? Was? Oje, Luisa. Achtung, pass auf, der Ball. Der Hund da hat deinen Ball. Amutatkelenamus? Wie bitte? Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du bitte langsam und deutlich sprechen? Amutatkelenamus? Tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut phantasisch. Oje, Linus, was sagt er? Wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, das heißt, ich habe Hunger. Moment, hier ist ein Phantasisch-Wörterbuch. Ich schau mal nach. Hallo, hier ist Tim. Hallo, mein Junge. Hast du es schon gelesen? Ja, klar. Jetzt schreiben sie doch jeden Tag etwas über die Sonnenfinsternis. Steht denn in der Zeitung, wie das Wetter wird? Bei euch in Köln gibt es Wolken. Hier bei uns in Bonn kann man die Sonnenfinsternis vielleicht besser sehen. Ja, das habe ich auch gelesen. Wenn Wolken am Himmel sind, siehst du ja leider gar nichts. Keine Sonne, keine Sonnenfinsternis, das ist klar. Kann ich vielleicht am Sonntag zu dir kommen? Aber sicher. Ich habe mir schon gedacht, dass du kommen willst. Eine Sonnenfinsternis sieht man ja nicht jeden Tag. Aber du hast schon eine gesehen, oder? Ich habe schon zwei gesehen. Wann war das? Das erste Mal 1999 hier in Deutschland. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Das zweite Mal 2006. Ich bin mit zwei Freunden nach Ankara gereist. Denn dort konnte man sie am besten sehen. In die Türkei? Ja, genau. Das war eine tolle Reise. Drei Astronomen aufreisen. Das ist ziemlich lustig. Und habt ihr die Sonnenfinsternis gut gesehen? Sehr gut sogar. Es war ja eine totale Sonnenfinsternis. Das war wirklich großartig, mein Junge. Und auch ein bisschen unheimlich, weißt du? Steht in der Zeitung, wann genau man die Sonnenfinsternis sieht? Um zwölf Uhr dreizehn mittags. Musst du da nicht in der Schule sein? Schule? Aber das ist doch am Sonntag. Ach so, ja. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Hast du eine Idee, wo man sie am besten sehen kann? Ja, etwas weiter weg von der Stadt gibt es einen kleinen Berg. Von dort sieht man bestimmt gut. Komm doch mit dem Zug nach Bonn. Ich hole dich ab und wir fahren zusammen hin und suchen uns einen schönen Platz. Okay, das mache ich. Weißt du, welchen Zug ich am besten nehme? Ach, du bist ja in zwanzig Minuten hier. Wenn du um neun oder um halb zehn fährst, dann haben wir genug Zeit. Und dann machen wir uns einen schönen Sonntag zusammen, du und ich, oder? Genau das machen wir. Tschüss dann. Ich sage dir Bescheid, wann mein Zug ankommt. Jo, tschüss Junge. Ich freue mich, wenn du kommst. Hallo, hier ist Tim. Hallo, mein Junge. Hast du es schon gelesen? Ja, klar. Jetzt schreiben Sie doch jeden Tag etwas über die Sonnenfinsternis. Steht denn in der Zeitung, wie das Wetter wird? Bei euch in Köln gibt es Wolken. Hier bei uns in Bonn kann man die Sonnenfinsternis vielleicht besser sehen. Ja, das habe ich auch gelesen. Wenn Wolken am Himmel sind, siehst du ja leider gar nichts. Keine Sonne, keine Sonnenfinsternis. Das ist klar. Kann ich vielleicht am Sonntag zu dir kommen? Aber sicher. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du kommen willst. Eine Sonnenfinsternis sieht man ja nicht jeden Tag. Aber du hast schon eine gesehen, oder? Ich habe schon zwei gesehen. Wann war das? Das erste Mal 1999 hier in Deutschland. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Das zweite Mal 2006. Ich bin mit zwei Freunden nach Ankara gereist. Denn dort konnte man sie am besten sehen. In die Türkei? Ja, genau. Das war eine tolle Reise. Drei Astronomen aufreisen. Das ist ziemlich lustig. Und habt ihr die Sonnenfinsternis gut gesehen? Sehr gut sogar. Es war ja eine totale Sonnenfinsternis. Das war wirklich großartig, mein Junge. Und auch ein bisschen unheimlich, weißt du? Wie in einem Horrorfilm. Plötzlich wird alles ganz still. Die Vögel singen nicht mehr. Und dann wird es dunkel und kalt. Steht in der Zeitung, wann genau man die Sonnenfinsternis sieht? Um 12.13 Uhr mittags. Musst du da nicht in der Schule sein? Schule? Aber das ist doch am Sonntag. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Hast du eine Idee, wo man sie am besten sehen kann? Ja, etwas weiter weg von der Stadt gibt es einen kleinen Berg. Von dort sieht man bestimmt gut. Komm doch mit dem Zug nach Bonn. Ich hole dich ab und wir fahren zusammen hin und suchen uns einen schönen Platz. Okay, das mache ich. Weißt du, welchen Zug ich am besten nehme? Ach, du bist ja in 20 Minuten hier. Wenn du um neun oder um halb zehn fährst, dann haben wir genug Zeit. Und dann machen wir uns einen schönen Sonntag zusammen, du und ich, oder? Genau das machen wir. Tschüss dann. Ich sage dir Bescheid, wann mein Zug ankommt. Jo, tschüss, Junge. Ich freue mich, wenn du kommst. Jo, tschüss, Junge.